Fangen wir an mit einem kleinen Let's Play, speziell für den VDVC. Mal gucken, ob sie die Welt noch erkennen mögen. Uh, kann ich gar nicht daran erinnern. Ah, mit Lava links und rechts. Niedlich. Boing. Genau, mein Häuschen muss fehlen. Ich könnte schon wieder. Anwesen von Civil Black. Manchmal mögen mich die Spiele nicht so ganz. Okay, genau. Hier war der Wald, der zehnmal abgebrannt ist. Achtung, Stufe. Zur Skrumba. Krippertunnel. Vorsicht, schauen wir mal in den Krippertunnel. Mein schöner Turm. Naja, okay. Skrumba. Und hier weiter der Wald, der zehnmal abgebrannt ist. Unser wunderschöner Redstone Bahnhof ist auch weg. Scrap Island zum Festland. Zum Hafen. Nichts drin? Nichts drin? Auch nichts drin. Mit Kommode. Okay. Da hat auch einiges die Konditierung nicht überstanden. Pink Lady ist hier mit anwesend, falls ihr was hört. Tja, ich habe gerade erzählt, hier war mal der Redstone Bahnhof. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. My God's Haus und Civil Black's Troom und Naturschutzgebiet. Okay, gehen wir nochmal zurück. Gehen wir mal zu Magots Haus. Gehen wir zu My God's. Ein Hund. Und. Ah, wie das Hündchen. Na gut, hat ein paar Hunde gehabt. Und in Entfernung sehen wir gleich ein AJ-Turm. Zwei AJ-Türme. Muss man da überall hin, hier? Ich glaube, in VR wird man anders bauen. Erstmal griefen. Nichts drin. Magot hat leider nichts zum klauen. Ah, unser Fluss. Da stand mal der Turm. Ja. Hier war unten. Da hinten ist eine zweite Brücke. Weiß gar nicht mehr, wer die Brücken gebaut hat. Andere sieht er umgehe. Flop, flop. Und. Uula. Ja, muss man so wenigstens wegschneiden, wenn ich langsamer tue. Da haben wir aber dann schon auf Kreativmodus mal umgestellt. So viel Gewaltblöcke, glaube ich, haben wir nicht gehabt. Den würde ich jetzt nicht mit VR nach unten gehen wollen. Gehen wir mal so weit, wie es geht. Boing, boing. Das Nether. Oder schauen wir erst AJ-Turm an. Gehen wir erstmal zu. Äh, AJ. Da fehlt auch ein Stück. Oh. Da hat sich ein Tempel gebaut. Deswegen. Man sieht den Unterwassertempel hier. Den haben sie anscheinend jetzt reingeneriert. Und jetzt fehlt uns der Keller. Genau. AJ. AJ. Die Einzelblöcke von hinten beleuchtet. Ach, mal die Brille richtig rutschen hier. Ach ja, schön. Erdgeschoss. Eppang. Ich glaube, in VR werden wir ganz anders bauen. Eine Baumform haben wir hier. Schauen wir uns den Blog. Moin. Ach so. Kreativmus gerade. Triform. Ja, okay. Die Etage wieder hoch und mal wieder runterkommen. Irgendwie dazwischen. Ah. Flup. Und draußen. Stimmt. Darf draußen. Unter Wasser. Da kommen die Wächter. Was haben wir? Cuddlestone. Cuddlestone können wir immer klären. Stattennässer. Damals noch gebaut. Oh Gott. Weil es kein Nässer gab im Multiplayer. Dankeschön. Daff Nässer. Wipp Club. Wenn wir wippen. Ah, wir kommen rein. Was? Wie geht's? Egal. Da hat der Schulte runter. Dass man reinkommt. Ah ja, die Ritztonverkabelung. Das ist ein paar. Dibain. Ich bin ein paar. Du bist ein paar. Du bist ein paar. Du bist ein paar. Oh! Oh! Ah! Wip kloppt abnäder! Das ist eine kleine Oubonne! auch noch ganz einfache Anhaltestationen Haltestelle Skyscraper Action Jackson Ach der AJ, das ist super, das ist immer wieder schön Der hat schon auf so mancher Map einen Look hinterlassen Ach das ist die Zwischenetage Vor allem mit diesen Flächen und dann untersetzt mit den Linien Wollen wir jetzt auch hier sehen mit Ah das ist jetzt das Gebäude drüben Ach Zombies Ach da sind wir Tja mit der U-Bahn können wir leider jetzt nicht fahren jetzt Das wäre jetzt schade schön gewesen wenn wir da weiterfahren hätten können Ah das ist auch mal im Dunkeln Das ist ein Nether Da oben ist Dört drauf Das ist glaube ich auch nicht original An die Kreuzung kann ich mich noch erinnern aber ja hier war auch was anderes Habe ich Hunger? Nein ich habe keinen Hunger Hier ging es mal eigentlich weiter Da vorne geht es weiter Gehen wir mal Einen Weg den es noch gibt Das müsste jetzt die Eisbergvilla sein Ah ja Da vorne steht ein Schild Flup Eisbär Genau Oder? Vielleicht sieht es ja Eisbär ja Ah mit Kamin Und wie hier unten Ui Ein Schild Äh beziehungsweise ein Bild Ok dann schauen wir mal auf eine andere Map Die hat es leider nicht so gut überstanden Willkommen auf einen anderen VDVC Server Willkommen auf einen anderen VDVC Server Genau gesagt In Downtown im Moment Ich glaube den User aus dem VDVC Forum brauchen wir hier nicht unbedingt zu nennen Die haben wir in der letzten Karte bereits mehrfach erwähnt Die haben wir in der letzten Karte bereits mehrfach erwähnt Den Die Ein Schild Jetzt ist das Oh ja, das sieht in VR plötzlich anders aus. Da fühlt man sich tatsächlich mehr in der Stadt. Schaust nach oben, hohe Gebäude. Ah, unser Stadtpark. Und der Bahnhof. Und mein Ding. Gehen wir mal nach dem Park. Alles ausgeleuchtet auf den letzten Millimeter. Treppchen, Treppchen. Was gibt's da zu kichern auf der Seite? Hier wird seitlich gekichert, Leute. Ich sag euch. Da passiert gerade irgendwas Lustiges, was ich nicht sehen kann. Ach ja, das Würfelhäuschen. So viel schön. Ja, das Theater müsste dahinter sein. Das stimmt. Oh, das Lehmgebäude von mir noch. Und das Luftschiff. Man weiß ja gar nicht, wo man das erste sehen soll. Die, ja, die Map ist sehr groß. Da haben wir auch sehr viele schöne Stunden da verbaut. Ach ja. Wenn's funktioniert. Wenn's funktioniert. B3! Action Dragon! Oh, der ist schon gigantisch. Hm, der Bahnhof. Wir könnten tatsächlich gucken. Äh, wie mach ich das jetzt halt? Noch kurz, Markt. Kurzen Test. Okay, der macht kaputt. Wenn, dann muss ich nach oben drücken. Ah ja. Äh, Survival. Das ist kaputt. Den haben wir irgendwelche zerrissen. Und das mit Absicht. Moblife-Building. Action 6. Moblife. Mein Industrie-Turm. Das, das ist mein Theater. Genau. Moment. Theater. Müsste ich auf der Rückseite sogar noch meinen. Tatsache, da ist es. Die Heldenreise. Verlässt sein Haus übers Wasser neue Welt und endet im Nether. Da fehlen auch noch ein paar Ebenen an den Casino. Ja, ich bin ja am Weg. Ich möchte es ja nicht zu übertreiben und wie schnell es ist. Ach, da haben wir sogar noch Karten an die Wände. Ach, schön. Ah, haben wir eine Karte der Welt. Ups, also, die rüttelt ein bisschen zum updaten. Geh mir lieber aufs Schwert. Oder Blankehund. Und in die Richtung ist der Ofen. Bett? Bett? Moment, ich suche bloß die Ägähe vom Bett, dass ich es weiß. Ne, ich bin an der Bettseite. Ach. Zuschauerraum. Du wirst jetzt eigentlich nach unten fliegen und gucken, ob die Mechanik funktioniert. Der Akte der Ozean. Obwohl, ne, das müsste so passen, wie es gerade ist. Hopp. Die Tür müsste aufgehen. Hier müsste es Wasser laufen von die zwei Blöcke. Genau. Das Meer. Das der Held überquert. Dann geht er in den Tempel. Geht hinab in die Tiefe an all den Edelsteinen vorbei und betöbt den Ässer. Ich glaube, da werde ich nicht mehr rauskommen mit dem Teleporter. Zu spät. Ups. Da geht's raus. Äh, besser. Ach. War schon witzig, das auch unten zu bauen. Uh, Details. War nicht mitgekriegt. Mit dem Vorhang und den versetzten. Es macht noch mal, wenn man plötzlich VR aufhat, ganz anderen Einblick. Wunderschön. Ah. Ich müsste ja irgendwo eine Treppe hochgehen, aber... Schauen wir mal weiter. Welche schönen Gebäude hier es überall gibt. Ortsverleih. Wir hätten das gebaut. Und das war von dir? Ach, das war das Hotel, oder so, ne? Oh, ein schönes Abendrot. Sehen die Sonne untergehen. Oh, oder die Bibliothek war es. Eins von beiden. Ah, da hatten wir schon Redstone-Lampen dann. Mhm. Okay. Gett Nacht. Oh. Ein kleines Schweinchen. Oh. Ein großer Ruden. Äh. Na, die Gebäude laden noch ein bisschen. Hm? Ähm. In die Richtung müsste mein Ding kommen, gell? Hm? Die anderen Gebiete... Na, da teleportieren wir uns dann erst mal hin. Ah. Gehen wir mal die Straße entlang. Flop. Ah, ein bisschen modernere Gebäude hier oben, mit Überhang. Das dürfte sogar meins sein. Zum Glück über Namen davor geschrieben. Erl. Ein Weihnachtsbällehaus. Schauen wir mal durch die Fenster rein. Schöne kleine Details mit der Sitzecke. Ah, da hinten lädt es noch ein bisschen. Da hinten lädt es noch ein bisschen. Zum Teil was Neues dabei, sagt Piel. Ah, das macht ja nichts. Wir hatten ja auch schon lange keinen schönen... Ah, okay. Kaum wieder. Vielleicht ist es trotzdem ein bisschen zu warm. Vielleicht erkennt ihr die Sensoren nicht. Ihr müsst jetzt hier irgendwo zur Altstadt gehen, gell? Nein? Achso. Das lädt noch. Das lädt noch. Also, das Stadion müssen wir schon gleich anschauen. Dann... Dann haben wir hier das Stadion. Hinterm Stadion ist die Altstadt. Der lädt, glaube ich, noch ein bisschen. Oh, ist der kaputt. Ach, der kürzt sich so. Der ist nicht... Da hinten, glaube ich, ist wieder ein Teleportstand. Aber jetzt gehen wir ins Stadion. Tü, 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 tü. Äh. Tore, Tore. Ne, wir haben gar keine Tore. Wir haben keine Tore hier. Es ist so groß. Ich sehe mich mal bis zum Rand hinter. Ich müsste Sichtweite hochstellen. Es fühlt sich. Stadionatmosphäre. Äh. Tore, Tore. Mal drüberspringen. Wupp. Die Chicken-Weltmeisterschaft sind's. Ich sehe es ganz genau. Der Jury ist ein Hühnchen. Wupp. Was? Kein Kommentar hier. Ach ja. Ach nein, ein Map-Stand ist es hier. Ein Map-Stand. Weißt du, wo ich frei halten? Hier wird ein Stadion gebaut. Ja, es wurde hier ein Stadion gebaut. Auch ein Riesentower. Ach ja. Darin kann ich mich auch noch erinnern. Ecken schicken. Black. Das Firmengebäude. Mit Glasübergang. Und Glasböden. Noch was Modernes. Und wir nähern uns der Altstadt. Was auch immer der Woffel hinten ist. Die Altstadt. Bist du schön. Ach, das ist meiner? Ich baue so viel. Was war denn das? Ach, das glaube ich könnten Mops-Bahner in irgendwelchen Orten gewähren sein. Aber erkunden hier ein bisschen die Altstadt. Top, 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 top. Jetzt ein paar kleinere Schritte. Mit Backsteinhäusern. Ja, der ist auch wichtig. Ach, und auch die Meinkräfte. Eisen-Golems. Gehen wir mal. Mal gucken. Vielleicht wissen die was Schönes. Ein paar Dorfbewohner. Das dürfte möglich sein, oder? Eins von denen müsste es möglich sein. Ein. Was hat das denn Ding? Tja. Ihr braucht noch ein bisschen zum Laden hier. Da hinten kommt die Welt. Da hinten dreht gerade ein Golem am Rad. Da hinten kommt die Brücke gegen ihn. Kleines Türmchen. Mit vergitterten Ding. Das ist sogar... Ah. Ein bisschen moderneres Gebäude außerhalb der Altstadt noch. Gehen wir durchs Altstadt-Tour. Da haben wir einen kleinen Wohnen. Nein, einen Sandkasten ist es. Ein Blick. Ja, die Bibliothek ist nicht so gut besucht. Ach, das ist ein Rathaushalt. Ja, das muss sein. Ah. Ah, der Tür vorbei ist schon. Da rechts rum? Das andere rechts. Ich stehe auch konfus hier im Moment. Ein wenig. Vielleicht liegt es aber auch dran, dass wahrscheinlich jetzt gerade zwei Java-Instanzen im Hintergrund laufen. Und beide nicht wissen, was sie tun sollen im Moment. Ein Marktplatz. Da hat einer den Kuchen aufgestellt. Besser. Kuchenbäckerei. Obst und Gemüse. Yum, yum, yum. Ruhle. Wenn ich sie sehen kann. Ah, es lädt. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Ja, gut, ich gehe mal kurz außen rum. Oder es ist ihm zu warm. Gerade eben da oben den Sensor. Vielleicht auch nach der Tür ist wegen Spinnerein. Ah, das Häuschen ist fertig. Die Kirche ist dazwischen drin, oder? Ah, da ist eine Kirche. Es scheint gerade Gottesdienst. Eine ganze Dorfgemeinschaft vor der Kirche versammelt. Zwarer Quatsch da hinten. Da ist eineinigung. Sag ich doch. Messie wahrscheinlich gerade vorbei. Okay. Auch sehr schön. Video und Fenster. Schön, dass mit der Vive-Version die Fenster alle geschlossen sind. Und alles ein großes Fenster wurde. Ach ja. Gut. Dann ist das die Altstadt. Ist Stadion. Ah, ein paar Läden. Dann. Dann ist das die Altstadt. Und das war ein paar läden. Dann ist das die Altstadt. Ich habe Angst, dass die das ist oder das tatsächlich zu warm ist im Moment. Teleportieren wir uns mal ganz schnell. Ich glaube, ich muss mal kurz aber neu starten. Wir teleportieren uns mal woanders hin. Aha. Ah ja, genau, der Läbenhütte. Ach ja, mit den Läden. Und was es alles Schönes gibt. Der Juwelier. Wir mussten können. Es ist... Ah, da hatten wir noch keine Dingpuppen. Ach ja, schön. Früher hat er sich auch zu helfen gewusst. Ah, schön. Ich könnte auch hinten rausgehen, aber ich würde mich teleportieren. Ich müsste hier irgendwo auch meinen Reisebohr haben. Warte mal. Sekunde. Nether reisen. Fumi reisen. Die Swings. Adventure. Ozean-Strand reisen. Stronghold-Touren. Mini-Erkundungen. Ah, wir haben sogar einen Schneemann da. Ach, aber die Map läuft schon wieder nicht. Wo ist denn dieser Bahnhof hin? Das müsste der Bahnhof sein. Ah, da vorne. So, halb kreativ Bereich. Survival Era, das ist der kaputte. Meine Stadt zum Spawn. Teleportieren wir uns mal zum Spawn. Funktioniert sogar. Ach ja, unser Bahnhof. Mit den Schienen. Ah, da hinten ist weiter der Teleport. Da fehlt ein Block. Ah, das Restaurant. Bahnhof, Vorstadt, der da oben. Der Ausgang. Ein Bus. Ah, und unsere kleine Stadt. Mit Friedhof. Oh, das ist noch nicht geladen. Jetzt halt. Marktplatz. Sollte eine Zombie-Stadt sein. Der Saloon. Der Scherif mit dem Scherifstern. Die Schule. Oh, oder? Ach ja. War schon schön unser Zwölfer. Ja? Du noch irgendwas zu sagen zum Server? Genau, ja. Die Map ist riesig. Ich müsste eigentlich irgendwo mir Karten versteckt haben. Was? In der Ofen. Aber. Warum geht der Ofen nicht? Merkwürdig. Ich habe aber keine Karten gehabt dabei. Ich dachte nämlich, ich müsste noch eine von der Welt hier irgendwo liegen haben. Tjo. Teleportieren wir uns mal schnell woanders hin. Kurz an die Bankreise lauschen. Nee, kommt nix. Freie Becken. Ah, da haben wir Auswahl noch mehr. Das ist das Born. Wüste, City im Süden. Schneewald, halb kreativ. Ferner Osten. Gamehop. Ah, das war ganz im Noten. Ähm, City im Süden. Tada. Ah, nee, das ist die hier. Okay, da waren wir schon. City im Süden haben wir schon. Äh. Ah, das ist die andere Stadt. Da habe ich mich ausgetobt. Ach ja, mit den Plattformen. Und da starten wir auch aus. Genau. Ach, da kommt mir sogar ein Hühnchen hinterher. Sieht's? Ach ja. Macht schon was her. So, auch die Deckenhöhen schauen gut aus. Das ist jetzt dreierhalb. Deckenhöhe. Fühlt sich gut an. Also, auch in VR. Da müssen wir rein. Das war das. Das war der Spawn. Der Gamehop City. Tundra. Was war in Tundra? Ach, da kommen wir wieder zurück. Spawn. Eiswüste im fernen Osten. Schauen wir mal da hin. Ah, da hatte ich noch ein Schneehäuschen. Ich glaube, ich kann es sein. Ja, da vorne müsste ein Schiff irgendwo im Wasser sein. Genau. Mein kleiner Eisbrecher. Tada. Geentert. Moment. Fühl mich wie der König der Welt. Da wird sehr angeschränkt gelacht neben mir. Und frag mich warum. Geht nicht, der ist festgefahren. Ach, ach, da vorne ein Häuschen. Eisstation. Ah, mit Kamin. Kurz die Hände dran werden. Hm. Grif ich mich mal selber. Ich habe schon bitte nichts in die Taschen. Ah, ich weiß, was es ist. Das Badezimmer. Gar nicht mal so viel hier drin. Ich hätte irgendwo hier eine Riesenstation gebaut. Teleportieren wir uns mal weiter. Bom, 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 bom. Und ich muss mal in die andere Richtung umdrehen. Hier ist doch noch nie. Ach, das ist der Kamin bloß von der Eisstation her oben. Ah, aber überdacht, damit es nicht reinregnen kann. Ganz wichtig. Ah, genau wie im kleinen Wintergarten. Kann man zuschauen, wie es schneit. Darauf schneit. Auf die große Eisfläche gucken. Oh, wir haben sogar ein Leuchtturm da vorne. Mhm. Sitzgelegenheiten. Das Alter kommt ein bisschen in Weihnachtsstimmung hier mit. So Schneelandschaften. Enchantment. Und links war es was drin. Nichts zu mitnehmen. Ich glaube, das haben wir aber auch mittlerweile dann alles im Kreativmodus gebaut. Sonst hätten wir nicht so viel Eisen gehabt. Vor allem das Lehm. So viel Lehm. Mäh. Auch nichts zu erinnern. Ein Weihnachtsbaum. Mit Lichtern geschmückt. Ah, schön. Wie komme ich denn in dieses Haus? Nehme ich die Tür. Ups. Ich glaube, irgendwie auch würde ich anders bauen. Dass ich das hundertmal unter Rehen zum Treppensteigen echt vermeiden würde. Ein schönes Doppelbett. Genau. In die Kälte gucken. Zwei pinke Schafe. Aber es sind nicht original pinke Schafe. Die hat einer angemalt. Tjo. So. So viel schön. Ich würde sagen, ich beende im Moment die Aufnahme. Lass. Lass ein wenig spielen. Und sieht sich. Hoffentlich auch mal wieder in Minecraft. Bis dann.